Als ich 2005 angefangen habe, Multimedia-Journalismus zu machen, war das sehr, sehr schwierig. Damals gab es auch noch Modems, das muss man sich nochmal vorstellen. Die Leute haben also einfach nicht so hohe Verbindungsgeschwindigkeiten gehabt. Das erleben wir heute eigentlich auch, weil die Leute viel mit Handys unterwegs sind, also ihr Smartphone, das hat auch nicht so eine hohe Geschwindigkeit wie die DSL-Verbindung, die dann kam. Aber ich glaube, insgesamt tut für den Multimedia-Journalismus vor allem Leuchtturmprojekte wie Snowfall von den New York Times 2012 einen großen Dienst. Solche Leuchtturmprojekte lösen sehr, sehr viel aus. Verlage, Rundfunkhäuser wollen genau das machen. Let's snowfall this story, sagen die Leute dann und wollen eben auch solche Multimedia-Projekte umsetzen. Und das tut sehr, sehr viel für die Zukunft des Multimedia-Journalismus. Verde, Rundfunkhäuser